Hey Leute, ich bin's wieder, und heute testen wir die TNT-Kanone, geht schon, ab in die Luft, tschüss, Leute, öha, nochmal, hui, und das könnt ihr auch locker selber bauen, Leute, ich zeige euch wie, ohne von da abzuschauen, eh nicht, ich schau eh nicht auf, Junge, ich bin ganz weit weg, also ihr braucht ne Spender, TNT ganz viel, dann Redstone, und einen Knopf, und das Ganze kann schon beginnen, zack, 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 und dann müsst ihr halt dann auch ein Loch reinballern, und dann... Du warst das Schade schon falsch, ey, ja? Ne, 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 lass, lass mich, lass mich, lass mich, alles zu groß, warte. Bist du klein, du warst... Ja eben, er hilft mir ein bisschen, Leute, weil ich war das gerade zum ersten Mal. Das ist Ehrenmann. Alter, bist du klein. Nee, nee, passt schon, da ist schon die Mitte. Und hier baut ihr halt ein... Ding rein. Hier baut ihr sowas hin. Und dann müsst ihr halt hier noch TNT anfüllen, überall, und Wasser rein geben. TNT überall rein tun, das kann jetzt ein bisschen dauern, Leute. Gibst du auch TNT rein, Ben? Nee. Okay. Ich mach hier gerade unsere Redstone-Verbindung. Okay. Und Redstone braucht sie auch die Redstone-Verbindung, damit das sich dann zündet. Ja, nur kann man das normalerweise eigentlich nicht auf diese Dinger platzieren. Aha, der Hacker, Benni, ist hier am Start. Ja, ja. Und dann testen wir das nochmal, ob das überhaupt funktioniert. Wenn ich das brauche, funktioniert es immer. Aber die Reihe braucht noch TNT. Welche? Die linke vor mir, die vor mir, die vor mir. Geht? Nein, 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 nein. Ist mir egal. Auch typisch Ben, Leute. Ja, ja, Digger, du hast auch Ben, also sei vorsichtig, was du sagst. Ha, 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 ha. So, let's go. Ab, end, auf. Ich hebe ab, ich hebe ab. Ach, Leute, wie geil. Ja, am Boden. Alles bleibt so grau. Bin so lange nicht geflogen. Astronaut. Hey, Leute, das ist geil. Bats. Oh, jawohl. Es regnet TNT. Ich könnte das noch dreimal so stark machen, oder fünfmal so stark sogar. Tschüss, mich hat sie so weggefetzt. Ich könnte das theoretisch fünfmal so stark machen, das heißt sogar. Ja, dann macht man's. Leute, wir machen das jetzt noch fünfmal so stark. Oh, Creeper. Hallo. Magst du sterben? Magst du sterben? Magst du sterben? Magst du sterben? Komm her. Komm her. Du Hund. Nee, der stirbt nicht. Mach nochmal drück Knopf, drück Knopf. Nee, was? Es ist egal. Die Explosion geht nicht nach draußen. Das heißt, wenn ich draußen stehen würde, würde ich auch keinen Schaden mehr. Und ich zeige euch noch was, Leute. Aber wie ihr eine Kanone selber bauen könnt. Da braucht ihr... Beobachter... Beobachter. Dann eine Rakete. Dann ein Spender. Und dann noch... Eine Falltür. Und am Schluss dann noch Redstone. Hier ist ein Creeper drin. Wo? Lasst mir die Creeper hochspringen, Leute. Ich hatte auch gerade die Idee. Und es ist nicht... Das ist halt alles gerade nicht mit Redstone verbunden. Das könnte leicht schwierig werden. Wenn mich jetzt nicht alles täuschen, müsstest du sogar aktivieren, wenn ich jetzt... Oder... Mach. Ja, du hast schon, dass ich jetzt in all den Dingern wieder... in den Kommentaren bin ich ein Loop, oder nicht? Das ist dumm. Ach je, ey. Schau einfach in die Kommentare, das ist dumm. Ich zahle euch Geld dafür. Ja. Wieso explodieren sie nicht? Ah, das sind keine... Sie explodieren Raketen nicht. Hm, keine Ahnung. Vielleicht muss ich kein TNT hier. Ich denke... Ich gebe dir gleich die TNT hier rein, Bruder. Jetzt funktioniert es, Leute. Und hier könnt ihr halt mehr reintun. Und das könnt ihr so groß machen wie ihr wollt. Und da müsst ihr halt immer mehr Redstone, wenn ihr mehr machen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Nein, weil die Redstone geht nur 15, Bruder. Ja, eben. Und jetzt machen wir noch das... die TNT-XXL-Verbesserung. Ich gebe jetzt nochmal überall TNT rein. Grüße gehen raus an mich, der TNT-Dealer. Oder Lieferant, Leute. Der ist der TNT-Dealer, ich bin der Drogendealer, man kennt's. Ha 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 ha. Hey, du bist erst 13 lang als das will, ey. Ja, dafür größer als ein 17-Jähriger. Das ist sehr traurig, gell? Ja, und? Ich weiß, dass das traurig ist. Ha ha ha. Ah, hast du unten auch? Ja, unten ist immer Kinky. Man, der Creeper, das schaut so falsch aus von unten, ehrlich. Aber egal. Ja, der hat darauf geantwortet, geil. Wer? Ein Freund von mir hat auf eine Sprachnachricht nicht reagiert. Ach ja. 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 Ein Batzentin TNT, ein Kilotin TNT. So, Ben, stellst dich ran. Eins, zwei, drei, vier. Und? Ja, Digga, man fliegt so viel höher. Leute. Ach zum Scheiße, ich fliege noch immer in den Runden, gell? Let's go. Ach zum Scheiße, fliegt. Leute. Mach mal das dreimal so hoch. Das geht, glaub ich, nicht vom... Ähm, ich glaub, aber... Alter, man glaubt, wenn man ganz oben ist am Himmel, dass man nicht mehr fliegt. Lol. Leute. Ja, ja, komm, tut mal komplett übertragen, was ist mit dem Creeper, der tötet sich. Ach du Scheiße, Digga. Ui. Ui. Okay, Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.